Hi Leute, ich habe ja im letzten Video schon meine alte Wunschliste mal auseinander genommen, also welche Bücher habe ich mir wirklich gekauft und was habe ich überhaupt wirklich davon gelesen. Und da die ja schon so ein bisschen veraltet ist, mache ich dieses Jahr natürlich auch eine neue Wunschliste, also meine Wunschliste für 2017, welche Bücher ich denn unbedingt gerne haben möchte. Ich habe ja dieses Jahr mein erstes Buch von Gesa Schwarz gelesen, Scherben der Dunkelheit, und ich war so von ihrem Schreibstil fasziniert, dass ich mir dachte, ich muss unbedingt auch mal noch ein anderes Buch von ihr lesen. Ich habe mich jetzt für Nacht ohne Sterne entschieden, einfach mal wild reingegriffen, weil irgendwie würde ich mir total gerne alle durchlesen von ihr. Vor allem, ich finde auch alle Cover, die sehen einfach alle toll aus von ihren Büchern, das ist der Wahnsinn. Deswegen habe ich mich aber jetzt erstmal für Nacht ohne Sterne entschieden. Falls ihr irgendwie einen kleinen Gesa Schwarz Tipp habt, gerne in die Kommentare damit, denn momentan würde ich am liebsten alle lesen. Ein anderes Buch, was auch sehr stark gehypt wurde, ist Fangirl von Rainbow Powell. Und ich möchte das Buch auch unbedingt lesen. Das ist ja echt so, irgendwie ein junges Mädchen, das so gerne Fan-Fictions schreibt, so von zauberer Harry Potter-Gedöns irgendwie. Interessiert mich sehr, ist mir aber auch ein bisschen zu teuer momentan, da ist er als Hardcover. Das Ding ist einfach, ich finde, dieses Cover, das tönt mich einfach total ab. Wenn ich mal ehrlich bin, wüsste ich nicht, dass mir das wahrscheinlich gefallen könnte und dass die Story so interessant ist, würde ich das wahrscheinlich nicht unbedingt lesen wollen. Weil das auch so ein bisschen kindlich aussieht, aber es ist halt auch sehr teuer. Deswegen, ich möchte es gerne lesen, aber vielleicht, dass ich es mir irgendwann mal schenken, beziehungsweise wenn das Geld dafür da ist, dann hole ich mir das mal. Mensch, ein Buch, das echt irgendwie gefühlt schon jeder gelesen hat, nur ich nicht, sind die Luna-Chroniken. Wie Monde so silbern ist ja der erste Band. Und das sind ja solche Märchenadaptionen. Hier im ersten Band ist ja so eine Art Cinderella-Geschichte. Und ich finde, ah, diese Cover sehen auch wunderschön aus. Und die Geschichte hört sich super interessant an. Und irgendwie schwärmen auch alle davon. Ich habe noch nie jemanden gehört, der irgendwie gesagt hat, das ist totale Grütze. Deswegen, die Luna-Chroniken sind schon ganz weit oben. Die möchte ich definitiv auch noch lesen. Jetzt kommen wir zu meinem Nerdigen. Was ich unbedingt haben möchte, ist ein Doctor Who-Buch. Und zwar Aus der Tiefe der Zeit. Das ist ja der dritte Band von den Glamour-Chroniken. Also das Band 1 und 2 habe ich ja schon hier. Und den ersten Teil habe ich sogar schon gelesen. Den zweiten möchte ich bald gerne lesen. Und den dritten, ja, der fehlt mir halt. Deswegen steht das ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Weil ich Doctor Who einfach liebe. Auch wenn es nicht mein Doktor ist. Ich liebe ihn. Ich liebe diese Geschichten. Und ich möchte halt gerne wissen, wie es weitergeht. Und dann irgendwann die Glamour-Chroniken auch abschließen können. Deswegen ist das noch auf der Wunschliste. Oh, ein anderes Buch. Was natürlich auch wieder der Start einer Reihe ist. Weil, haha, wäre ja noch schöner, wenn ich nur Einzelbände hätte wie Fangirl. Hm, nein. Natürlich sind es meistens Reihen, die dann noch ein paar Bände so nach sich ziehen. Und hier habe ich zum Beispiel New York Diaries. Jetzt Claire mal als erstes, ne. Oh Gott, da sind ja auch alle so am schwärmen. Vor allem Anni von Annis Bücherwelt in letzter Zeit. Da hat es mir so den kleinen letzten Funk noch gegeben. Und ich dachte, ja gut, ich wollte es ja eh schon haben. Aber wenn Anni jetzt auch noch so viel schwärmt, dann muss ich es unbedingt haben. Und ich denke halt, das Ganze könnte mir auch sehr gut gefallen. Deswegen Wunschliste. Ja, jetzt habe ich noch zwei Bücher, die jetzt kommen, die meine Reihen vervollständigen sollen. Und wir fangen an mit einem Buch, was ich wirklich, wirklich, wirklich gerne haben möchte. Und zwar Die Stadt der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Ich habe ja Die Insel der besonderen Kinder schon gelesen im letzten Jahr, glaube ich. Oder? I don't know. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr gut. Diese Kinder, die ja alle so eine bestimmte Fähigkeit hatten. Das hat mich schon ziemlich begeistert. Ich fand den Film jetzt auch nicht ganz so schlecht. Aber es war natürlich anders als das Buch. Aber ich möchte halt diese Buchreihe gerne kompletieren. Und deswegen steht der Band 2 auch schon auf meiner Wunschliste. Schon länger. Und irgendwie habe ich ihn aber noch nicht gekauft. Ja, und ein anderes Buch ist Silber, das zweite Buch der Träume. Denn ich habe Band 1 und Band 3 schon hier stehen. Ich habe noch nicht mit der Reihe angefangen, weil ich die ganze Zeit denke, ich fange jetzt mal, ich hole mir jetzt noch Band 2. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, habe ich ja, glaube ich, schon im anderen Video auch erklärt. Und deswegen Band 2, wenn es da ist. Ich fange an, ich schwöre. Und dann haben wir ein Buch, was irgendwie nicht ganz zu mir findet. Denn es ist schon so oft auf irgendwelchen Wichtellisten gelandet. Und trotzdem hat es mir nie einer gekauft. Und zwar verliebt in Mr. Daniels. Also seitdem Jesse das ja so in den Himmel gelobt hat, wollte ich das auch ganz gerne lesen. Das ist ja auch so eine Lehrertochter. Ach, Lehrertochter? Ja, gar guten Tag. Eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Und es klang halt sehr interessant. Und alle fanden es bis jetzt toll. Aber irgendwie hat das Glück es noch nicht. Weil ich immer so gesagt habe, okay, das kostete ja, glaube ich, auch noch einen Zehner. Und auch so Wichtel-Wunschlisten. Da packen wir immer Bücher drauf, die nur bis 10 Euro gehen. Ja, aber keiner hat mir verliebt in Mr. Daniels gekauft. Deswegen, ich es immer noch nicht hier habe. Da ich mir immer so denke, ja, ich lasse das immer so zurück, falls mal wieder sowas ist. Oder falls mir jemand anderes ein Buch schenken möchte. Zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Chanukka. Ich habe keine Ahnung. Ja, es war noch nicht seine Zeit. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Ja, jetzt kommt lustigerweise ein Buch, was auch schon in meiner letzten Wunschliste war. Kein Rockstar für eine Nacht, Ladies and Gentlemen. Es ist wieder hier. Und ja, ich habe ja auch im letzten Video schon gesagt, dass ich den letzten Band oder so, also einen Band habe ich auf jeden Fall hier, aber eben nicht den ersten. Und ich möchte halt von vorne anfangen. Viele sagen, das ist ja immer ein anderes Mitglied der Rockband irgendwie. Da kann ich dann auch lesen, wie ich möchte. Möchte ich aber nicht. Und einige raten mir auch dazu, es wirklich chronologisch zu lesen. Deswegen mache ich das auch. Also tatsächlich in diesem Jahr erneut in dieser Liste. Kein Rockstar für eine Nacht. Das letzte Buch, was jetzt noch auf meiner Wunschliste ist, ist City of Ashes. Die Chroniken der Unterwelt. Ja, auch so eine Sache für sich. Denn das sind zwar Bücher, die ich mir ganz gerne mal so wünsche, da Hardcover und teuer und so, ne? Wo ich aber noch nicht den dran habe, es wirklich zu lesen. Das Ding ist einfach, mich interessiert das zwar schon irgendwie, und ich finde, die Bücher sind wirklich wunderschön, wenn man alle als Hardcover im Regal stehen hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wie gesagt, Geschichte interessiert mich total. Ich möchte halt wirklich wissen, was da so passiert. Was mich halt nur so abtönt, ist einfach, dass viele sagen, nur ein paar Bände sind toll, dann hast du mittendrin total viel Dreck. Oder einige sagen, ach, lies lieber hier Clockwork Angel und so. Ja, ich möchte es trotzdem ganz gerne lesen und habe bis jetzt halt nur Band 1 hier stehen. Und deswegen Shadowhunters fand ich jetzt so 50-50 gut. Den Film, den habe ich mir gar nicht richtig so gerne angeguckt, was mich interessiert hat. Aber ja, ich möchte den Büchern einfach mal für sich abgeschlossen eine Chance geben. Also City of Ashes und natürlich auch alle anderen Bände, die darauf noch folgen werden. Tja, ihr Lieben, damit ist meine Wunschliste auch komplett. Wenn ihr also irgendwelche Favoriten habt oder irgendwelche Tipps, wo ihr sagt, kauft dieses Buch definitiv eher als andere, weil das ganz, ganz toll ist, dann schreibt mir das gerne. Vielleicht hole ich mir ja mal das eine oder andere und wie gesagt, bald ist Weihnachten. Und ach, irgendwie werde ich meine Wunschlisten dann schon komplettieren. Notfalls sehen wir dann im nächsten Jahr nochmal eine kleine Review und Fazit und dann sehen wir ja, was ich wirklich gekauft habe und was nicht. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne noch hier vorbeischauen, zum Beispiel bei dem, was ich die ganze Zeit halt labere, das vom letzten Jahr die Wunschliste und noch ein anderes Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit. Ciao!